Herzlich willkommen zur Coaching Zone. Heute haben wir den Ort mal geändert, allerdings das Gesicht neben mir ändern wir heute mal nicht, denn Olaf, du bist heute wieder dabei. Schön, dass du da bist. Ja, hallo zusammen. Und man sieht schon, glaube ich, in deinem Gesicht, Grund zur Freude, gerade nach dem letzten Wochenende des 2-0 in Dresden. Ich glaube, da sind sehr viele Gefühle bei euch durchgegangen. Ja, das kann sich natürlich jeder vorstellen. Also die letzten Monate waren echt hart für die Jungs, muss man sagen, aber haben die Situation top angenommen. Ja, und wenn mir dann einer gesagt hätte, dass wir den Klassenerhalt dann auch rechnerisch in Dresden mit einem 2-0-Sieg hinkriegen werden, hätte ich das nicht geglaubt. Und die Art und Weise, wie wir da aufgetreten sind mit unserer jungen Mannschaft, also muss man echt sagen, Hut ab. Und ja, war ein ganz toller Moment. Und jetzt auch für die nächsten Spiele. Es geht ja, wir haben es beim letzten Mal schon gesagt, gegen die Top-Mannschaften da ganz oben. Jetzt haben wir mit Dresden den 4. hinter uns. Einfacher wird es natürlich nicht, denn jetzt kommen die Top 3. Ja, und mit Münster die Mannschaft der Rückrunde. Ja, also und danach Ulm und Regensburg. Also würde ich sagen, könnte einfacher gehen, aber auf der anderen Seite natürlich mit dem geschafften Klassenerhalt auch nicht schöner. Denn es sind einfach natürlich geile Spiele gegen natürlich die stärksten Mannschaften der Liga, dass die Jungs sich damit messen können. Top gegen Ende der Saison. Also da werden wir auf jeden Fall keine Zeit haben, irgendwas ausklingen zu lassen. Im Gegenteil, sondern müssen on fire sein. Und ja, schöner kann es nicht sein. Jetzt hast du eben Münster schon mal ganz kurz vorweg gegriffen, sind die beste Mannschaft der Rückrunde. Und dann schauen wir mal auf die drei Facts zu Preußen Münster. Denn sie haben die beiden zweitbesten Top-Torjäger der dritten Liga bei sich im Kader. Und das sind Badmars und Grodowski. Die haben beide 16 Tore in der dritten Liga erzielt. Und damit jeweils die zwei zweitbesten Torssätze in der Liga. So, ganz ruhig. Dann Fact Nummer zwei, Trainer Konstanz. Olaf, du bist der Trainer, der in der Liga am zweitlängsten im Amt ist. Aber Sascha Hildmann, der ist noch ein Ticken länger im Amt. Nämlich schon über vier Jahre. Wahnsinn, aber schon eine ganz lange Zeit. Trainer von Münster ist ja auch in der dritten Liga damals. Hat den Abstieg mitgemacht und dann die Mannschaft wieder hochgeführt. Und Fact Nummer drei, das sind die 2024-Experten. Olaf hat es gesagt, die beste Mannschaft der Rückrunde. Sie sind gerade offensiv sehr stark. Ist es eine ähnliche Aufgabe wie Dresden? Oder glaubst du, diese Euphorie, die Münster jetzt aus den letzten Spielen und gerade aus diesem Jahr mitnehmen kann, pusht die Mannschaft noch mal ein bisschen mehr? Ja, ich glaube, es wird eine ganz andere Aufgabe. Weil das muss man schon sagen, dass man einfach erkennen konnte, in Dresden auch beim Auswärtsspiel vor 30.000, dass die Dresdner schon nicht vor Selbstvertrauen gestrotzt haben. Das haben wir sicherlich auch sehr gut angenommen und sehr gut auch ausgenutzt. Und ja, alles, was man von Münster sieht, glaube ich, das wird genau umgekehrt. Ich glaube, da werden einige Tausend Münsteraner mit bei uns sein im Sportpark, was natürlich toll ist. Und auf der anderen Seite eine Mannschaft, ja, die eben dieses Selbstverständnis hat, dieses Selbstvertrauen hat, überzeugt sind von dem, was sie tun. Du hast die Offensive angesprochen, natürlich brandgefährlich. Aber sie haben auch eine unglaubliche Zweikampfhärte, Zweikampfrobustheit. Sie lassen da wenig zu, schmeißen sich in alles rein, sind so positiv gemeint, richtig eklig, auch gegen den Ball. Und ja, und haben natürlich jetzt mit dem dritten Tabellenplatz sich eine Situation erarbeitet, erkämpft, wo, ja, wo die anderen dann jagen müssen, ne, und sie in der Situation sind, wo sie sagen, ja, wenn uns hier keiner mehr von diesem Platz verdrängt, dann sind wir zumindest auf einem Relegationsplatz, was natürlich eine herausragende Leistung wäre. Und ich glaube, einiges von dem können wir dann am Samstag erwarten. Und glaubst du, nachdem jetzt Klassenerhalt auch safe ist und man jetzt vielleicht gegen die Großen spielt und man, wenn man es böse sagen möchte, ja nur noch in der Rolle ist, irgendwie vielleicht die Favoriten so ein bisschen zu ärgern oder da oben noch ein bisschen mitzumischen, glaubst du, dass man die Mannschaft jetzt nochmal ein bisschen anders pushen muss, als wenn es wirklich noch um Großetwas geht in dem Sinne? Also ich glaube, dass wir eine Mannschaft haben, wo die Jungs wirklich in der Eigenverantwortung sind. Das ist ein Punkt, den ich immer sehr herausstelle bei den Jungs. Und ja, also jeder, der das Spiel am Samstag in Dresden gesehen hat, hat, glaube ich, gesehen, dass die Jungs nichts abschenken wollen, sondern diese, die einfach Bock drauf haben, auch Bock drauf haben, den besten Mannschaften in der Liga zu zeigen, wer wir sind, für was wir stehen. Und da bin ich mir tausendprozentig sicher, dass wir das bis zum 38. Spieltag so machen werden und auch am Samstag gegen Münster. Dann steht dem auch nichts im Wege, dass es vielleicht wieder eine spektakuläre Partie gegen Münster werden wird, denn wer sich an das Hinspiel erinnert, 2-0 geführt, dann 3-2 hinten gelegen, dann den Ausgleich gemacht, aber bisher haben wir dreimal in der dritten Liga gegen Münster gespielt und jedes Mal wurde es torreich. Und wir schauen einmal auf die Tore bisher bei den Spielen gegen Münster. Und wir schauen einmal auf die Tore. Ja, Olaf, wir haben es gerade gesehen und schon angesprochen, Münster, das Hinspiel, das war schon eine ordentliche Partie. Ja, muss man sagen, für uns natürlich eigentlich top gelaufen, 2-0 geführt und dann gefühlt zwei Tore mit einem Halbzeitpfiff kassiert. Das war natürlich extrem bitter, direkt nach Anschluss gefühlt, das 3-2 für Münster und dann hat dann wirklich jeder gedacht, kann ja nicht sein. Wir haben das Spiel gedreht und wir haben es einfach aus der Hand gegeben, verschenkt und ja, dann nochmal den Ausgleich gemacht. Ich denke, das ist auch mittlerweile bekannt, dass wir die Mannschaft mit den meisten Punkten sind, die nach Rückstand erzielt worden sind. Das ist natürlich auch eine Qualität, die wir haben. Können wir am Wochenende darauf verzichten, aber die Münsteraner werden was dagegen haben. Also von daher glaube ich schon, dass es eine spannungsreiche Partie wird und ein Stück weit auch mit offenen Visier, weil ich glaube, beide Mannschaften wollen nicht verwalten. Und mit welchen Jungs gehen wir dann in den Spiel? Niklas Mai wird ja gelb gesperrt fehlen. Ja, der ist leider gelb gesperrt, ist so, dass gefühlt die halbe Mannschaft im Bett liegt zurzeit mit Grippe. Eigentlich nicht zum Lachen, aber ich muss eigentlich grinsen, weil das kennen ja die Zuhörer schon über die ganze Saison. Sodass ich jetzt nicht weiß, wer dann tatsächlich schon noch zur Verfügung steht. Ich glaube, werden wieder einige Jungs von der U19 mit dabei sein, aber ja, das nehmen wir an. Und trotzdem werden wir eine schlagkräftige Truppe da am Ende des Tages auf dem Platz haben. Dann sind wir gespannt, wer dann am Ende auf dem Platz steht. Und ihr wisst es ja, bisher wurde es immer spektakulär gegen Münster. Also eigentlich gar kein Grund, nicht vorbeizukommen. Und die letzten beiden Heimspiele auch durchaus positiv beide gewonnen. Also ich glaube, wer noch kein Ticket hat, der sollte sich das jetzt sichern unter www.viktorai-tickets.de. Wenn ihr aber aus irgendwelchen Gründen diesmal nicht live vor Ort sein könnt, dann ist das Free-TV für euch da. Nämlich der WDR überträgt die Partie live. Außerdem Agentasport ab 13.45 Uhr und das Fußballradio-Schersieg. Ab 13.50 Uhr. Dann freuen wir uns auf euch am Samstag. Und Olaf, euch drückt mir die Daumen, dass dann genug Jungs dann für Samstag noch dabei sind und dann die nächsten drei Punkte einfangen. Ja, da bin ich mir sicher. Bis Samstag. Tschüss zusammen. VIKTORIA! 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 Bis zum nächsten Mal.